Komvartec ist bereits seit 30 Jahren aktiv in der modernen Wundversorgung. Alles begann 1982 mit dem ersten Hydrocolloid, dem Variasif, ging dann weiter mit unserer einzigartigen patentierten Hydrofiber, dem Aquazell. Was uns unterscheidet? Ich glaube, wir sind immer einen Schritt voraus. Im Moment beweisen wir das mit dem Schaumverband der neuesten Generation, dem Aquazell Form. Ein ganz normaler Schaumverband auf Basis des Hydrofiber mit der einzigartigen Wundrandschutz. Oder unser neuestes Aquazell AG Plus Extra, der erste weltweite Verband, der Biofilm auflöst. Wir sind in Deutschland mit 80 Mitarbeitern unterwegs, um den Wundexperten täglich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Unsere Entwicklungsabteilung in UK arbeitet permanent an neuen Innovationen. Somit freuen wir uns auf die Herausforderungen der Zukunft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.